Wir suchen euch als Sponsoren für unser Eventdorf während dem Eigenössischen Schwing- und Elpenfest Brattelen in Basel-Biet 2022. Brattelen ist Austragungsort von einem einzigartigen und grossartigen Anlass im Eigenössischen Schwing- und Elpenfest 2022. Wir werden im Blitzgewitter der Aufmerksamkeit stehen, über Monate. Eine grossartige Chance, Brattelen zu präsentieren und euch selber auch. Wir werden zusammen mit unseren Partnern, den KMU Brattelen, durch die Bürgergemeinde und unseren Vereinen vor Ort live mit dabei sein. Sei es auf dem Festgelände Selbo, sei es mit stimmungsvollen öffentlichen Plätzen oder mit einer grossen kulturellen Trachtenvielfalt. Mit lokalen Projekten schaffen wir einen nachhaltigen Mehrwert für die Gäste und für unsere Bevölkerung. Alle sollen sich wohlfühlen an diesem Grossanlass im Brattelen. Konkret werden wir unsere öffentlichen Plätze mit neuem Mobiliar auf und wir werden vor Ort auf dem Festgelände mit einem Zelt mit dabei sein. So können dir als Sponsoren, aber auch unsere ganze Bevölkerung schon Wochen im Vorfeld von diesem grossartigen Fest profitieren. Wir suchen euch als Sponsoren! Kommt auf uns zu! Wir haben für alle etwas Passendes! Wir suchen euch als Sponsoren!